bereit ja dann herzlich willkommen zur gta unsere kleine abendliche session war wieder hier mit marki und da ist der verrückte hier hessische nase komischer bart dicker bauch und sagt sagt der der augen hat als hätte drei tage durchgekupst heute geht es mal wieder ein bisschen weiter mit kontaktmissionen sind ja momentan der willig am angebot mit dreifach rp und alles drum und dran ja das nutzen wir einfach mal genau wie beim gestrigen amt genau so ist es ja hier hier da warte ich so müssen wir noch kurz ein auto bestellen wenn ich eins habe wenn wir dann missionen machen ja man steht ja schon hier ich will nicht martin anrufen alter nur ist der materie matrazu matrazu weiter heute stylisch im anzug ich glaube ich habe eine ganze weile in zukunft auch wenn natürlich ich immer der anzug typ von geld von graziger blande werde heute alleine wegen tue interessen da habe ich gedacht wir haben heute mal deswegen sage ich genau auch dieses auto da wurde ja das jungen treffern ich da weil die leute bei den fassen für ist genau nicht auch alle so rumrennen die sind ja auch alle so aus ja ich bereut hat sich keine aufnahme gemacht hat das war eigentlich aber beim nächsten mal gibt es eine kleine special gibt es eine special aufnahme versprochen die treffen sich glaube ich morgen mit einer anderen crew noch mal aber naja nichts mal wie gesagt ich hatte nicht erwarten hatte ein bisschen geguckt was wir erwartet aber es war ganz witzig und diesmal seht ihr dann auch auf video was passiert ja schön die dose bier und da war immer gut ja genau bier namens cola orange ja schmeckt voll gut ich höre nur die büchse die sich öffnet die aus auch bei sven ja immer das ist keine büchse das ist eine dose aber egal einladung hast du ja die gesucht die mann auf die man die war jetzt wieder fahren wir brauchen wir zwei gebrochen zwei oder ein auto was geht es nicht keine ahnung steht nur unten da hole die autos zurück zwei gebrochen zwei autos alles klar war nur ein schöner autos auf jeden fall haben wir mit zwei glaube ich wie du willst ja vielleicht brauchen wir sind immer so da wieder ein bisschen einfangen das problem am hektrieb klar der rutscht nämlich ziemlich der gibt nämlich schön schnell weg hinten ja es ist ein zweiter jetzt haben wir keine begrenzung bezüglich der team leben sondern wir können einfach machen genau da ist kev beruhigt er kann einfach so oft sterben wie er will ich hoffe dass ich gar nicht da aber man kann ja wie die witz aus der zukunft hat die mission schon tatsächlich schon länger nicht mehr gemacht ich habe wir haben sie auch noch mal gemacht aber ich weiß es halt wirklich nicht mehr auch ja ist ja kollega genau da muss man sich genau das neben stellen da ist eine ok ich kann ja irgendwas zusammen die zudem war da fährt er einfach um mich rum ist ja frisch da haben sich die mpcs mit mir weiter ich aussteigen ich habe euch vorbeifahren werde ich erwarten wissen was einer von den zwei das ist der hier der blaue ja da bin ich schon dran ich bin zufällig der baustelle vorbeigekommen ich wollte eigentlich falls sie hoch wieder auf die autobahn und ich habe ja mal die andere karriere sondern daran vermehrt und zwar wieder länger dauer statt jetzt die kasse ich da unten lang auch gott ernst aber ich fahre jetzt entgegen ich hoffe dass er mir kein schiffchen schlägt und dann von der autobahn runter fährt sonst müsst ihr mir eigentlich jetzt gleich entgegen kommen euch noch mal ich habe es nicht ich habe mich mit dem ich muss ich dinosaur ich habe es nie ich liebe mich ach das steht hier oben schon auf dem tag merke mpcs wenn du dich umdrehen willst steht man sich eiskalter nehmen und guckt doch blöd ich konnte nicht mehr raus so weil es war nicht herum du grad meilenweit von dem ziel entfernt ist weil er hier gestanden hat und jetzt mittlerweile wieder komplett woanders ist aus der straff aus ja der stadt haben die ganze an sich hier der fahrt mich jetzt kann oder ernst weil wie gesagt der stadt in der weine bin ich jetzt hierher gekommen das waren kilometer oder so und in dem zeitraum ist der wirklich komplett rausgefahren aus der stadt ich werde wenn ich jetzt bei dem in der nähe bin müsste ist er wieder hacha ich stehe wieder auf dem parkplatz ich habe sechs kilometer bis ich da hoch bin bis ich zu den fahrern wenn wir gerade bis jetzt weg damit zu flüchten zu werfen naja naja das hohe norden gefahren und ich versuche jetzt mal hinterher zu fahren weil ich habe dass der auf der autobahn bleibt bis sie sich runter von der straße bieter und warte statt jetzt die beiden an dem parkplatz wo ich gerade hin bin ach du bist ein arsch heute geben wir dann hier auf eier jetzt hätte mir entgegen jetzt hat er sich nämlich umgedreht ich bin jetzt aber dran so fünf jahren du brauchst mir jetzt das auto nicht abnehmen ich mach das schon ich bin dran moment bei der sehr komische route hat Die Gelbe ist was, ne? Alter, die wechseln da vorne die Spur, ey. So, das ist doch immer mal gut hier. Alter. Alter. Ich hab ja auch gar nichts angestellt, muss ich sagen. Unnötig, eigentlich. War aber gut, okay. Passiert. Ich hör das auf dem roten Punkt. Auf dem gelben Punkt Park. Ich komm mit dem Auto nicht da ran. Jetzt. Der Punkt war nämlich genau unter dem Auto. Oh, mein Junge, danke. Ich bin froh, dass ich dich mein Sohn kenne. Bei einer Mutter. Wenn du wissen, was ich meine. Peace und Liebe. Du hast mich stolz gemacht. Guck, guck. Sehr gut. Aber ein. Bestanden. Du hast mich da hin. Ja. Kann man denn noch? Kann man hier. Nicht. Ja. Muss ich halt aus dem freien Modus wieder eins auswählen. Hm. 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 Das Geld mal einzahlen. Sicher, sicher. Die Radikal-Kur. Ich bin mir da. Ich bin mir da. so was haben wir denn jetzt begibt sich zum globalisieren den auto aus gäbe es zu schwachen über die straße zu laufen ich habe das nicht gesehen dass es so weit so der vorteil ist dass wir direkt auf den bahn schienen sind das heißt wir können mit den autos direkt unter die der tülle und wissen ich dachte wollte den tunnel von bin ja schon so bin ich ja auch eine gute bisher die andere richtung gefahren ich habe schon mal gefunden alles gut schon weg die kopf dann können wir drehen wieder und dann geht es wieder zurück ich Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Mal gucken, ob ich jetzt... Ob es jetzt klar war, mich hochzukommen oder ob es zu sagen, nö, das tue ich mir nicht an. Ja, geschafft. Okay. 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 so kann man es auch machen jetzt wird noch die kenne verbunden na gut keine kids okay das hat ein paar tippen getötet haben wir die schönes wäre das haben wir gemacht die verbindungsrate haben wir mal die verbindungsrate noch mal kommen machen wir das ding hier unten Die Frage ist, einer muss schießen, einer muss wahrscheinlich die Autos löschen. Ich glaube, ich hatte letztes Mal die Autos zum löschen. Ich habe mich richtig erinnert. Wir werden gleich sehen. Finde einen Feuerwehrmann, ja gut. Ruf einmal Notruf an. Die Frage ist, wo kommt sie? Ich bin gerade schwierig, das ist ganz schwer, da vorne. Aua! Ich habe mich gerade erst die Staune wegmachen lassen. Da kommt schon die Hexe. Hallo. Auf Wiedersehen. Ich kann die selbische Gefängnis halten. Wenn es nicht mein schrecklich, silent Freund ist, dann kann ich mir helfen. Okay, mein Freund. Ich will die LSPD auf uns. Lass es mir. Ich muss sagen, ich werde zu wenig sein. Hm? Okay. Weißt du mal, was immer ist, wenn Yvonne dabei ist? Ja, bei dir vielleicht. Schau mal, ob sie wieder dabei ist. Die war vorhin, glaube ich, auch online mit Thomas. Wenn ich das richtig gesehen habe. Zumindest hatte ich hier bei mir ein Handy in den Kontakten drin. Deswegen gehe ich davon aus. Lösche wie Feuer. Naja. Da sind wieder genug Feinde wahrscheinlich. Dann sind wieder rum. Wieder ein bisschen was dagegen. Also sicher, ich bin ein good zu auf, denn vielleicht lässt sich wohl zumigenましょう. Ja, da sind wieder rum. Echt bitte. Oh ja, darauf geht's disciples. Die soll mighty gut sein. SAY christ. da kann man sich ja nun die feuer ich mache hier das mit mit der präsenz ja ich bin spritzig das kannst du mal ganz schön klicken mein freund da oben stehst du egal wo ist denn hier ein auto was sich versehen wird das auto schon weg in im container so dass man zu ich habe nämlich gerade lauter explodieren lassen also ich nicht eins von unseren sondern verschleisten mit monotow kochthel gegner habe ich habe ich einen reifen weniger doch steht er denn hinter direkt vor die aus einer der den habe ich schon jetzt gerade gesehen aber es muss ja alles gut ich habe schon bekommen der hat gesessen gehabt du hast es ja die gegner noch ausschalten steht ist die ganze lokalisieren irgendwo zwischen den containern steht einmal ja ja das steht aber wo kann man auch sagen dass die oben stehen da steht einer ja und dahinten muss aber noch einer bei dir stehen und das so was habe ich jetzt gerade ein überfahren sehr gut wird sich ihr lot ich glaube ich habe auch gleich aber auch 311 oder so ja wir wollen die lab legen ein dreifel ja gut kein gut steht wenn ich nur mit schießen beschäftigt bin da haben wir auch schon alle gemacht jetzt haben wir noch mal aus dem zweiten modus raus ich habe nämlich alle gestern schon gemacht die dauern ja ja genau auch ich habe ich habe mir es ich es ich es ich Vielen Dank.